Everyday I'm shufflin Everyday I'm shufflin Und jetzt hau ab Boah Unfassbar Alter Mavill Ich häng ja fertig Boah Es geht mir wirklich auf den Sack Die NPCs helfen einem wirklich kein bisschen KEIN BISSCHEN Nice Alex, nice Diese Spawn ist eigentlich immer in irgendwelchen Wänden Fuck da rum Töp, was machst du da unten? Ja was denn? Wenn keiner mitkommt, dann lauf ich halt alleine weiter Ich warte doch jetzt nicht 10 Stunden bis ihr vielleicht mal irgendwann irgendwas gemacht habt Was? Ich bin weitergekommen und stehe Na Boah, ist erst mal die Boah Smoker, Smoker Das hat doch hier Brand Munition Brand Munition, ne? Wieso hab ich dich nicht? Ah, voll auf dir drauf Doch Jockey Wir müssen wir langt haben Wir müssen wir langt haben Wir müssen wir langt haben Bin mir nicht sicher Gerade wir müssen da irgendwie hoch Da hinten hoch Ich weiß nicht wie viel es geht Doch ich weiß nicht wie es geht Komm mit Doch wieder hoch Mö Ruhig Das ist ein brennender Charger Wollen wir kurz Komm mit hoch Hier ist noch ein Samurai schwer Komm hier rein Und jetzt soll ich Schnell Weiter Und hier durch Raus Mich verraten? Mich verraten? Warum? Warum? Mach halt Oh, das geht ja Cool, ja Oh, das geht ja Cool, ja Oh, warum husten die nur? Die können aber auch was anderes machen als husten Los, Alice Los, Alice Loll Loll Oh, Marvin, bist du wieder ganz hinten? Ne, Alex Marvin, schaffst du's alleine wieder oder soll ich irgendwie zu dir kommen? Ja, schaffst du dann Soll ich mir zum Bereich schwer hat Oh, Rossell, die dumme Strecke hinterher gesprungen Ja, genau, mich hat ein Splitter und noch ein Jockey alleine Und die zwei sind natürlich zu dir gewandert, um mir mal zu helfen, ne? Boah, unfassbar Was ein Teamwork Ich kann nichts machen Nein 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 Nein, Marvin Nein Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Erwartet von mir nix Loll Oh shit Durch die Wand, genau Alter, wie viele Charger haltet, ohne Witz Oh shit Oh shit Wo geht's weiter? Ne, hier geht's nicht weiter Hier geht's weiter über die Out-Warn Oder nicht über die Out-Warn hinten, Vorsicht Boomer Boomer Alter, wie viele Boomer habt ihr denn auch? Ohne Witz Was war Alter, ich kann nichts machen, ich sehe ja auch Mann, Alex, wie sagst du nichts? Wie sagt der Alex denn nichts? Du hast da unten neue Waffen Ich sag die ganze Zeit was Oder war mein Neko weg? Du sagst gar nichts Ja, so, töten, töten, töten Hast du ein Medi-Pack? Hier sind Waffen Fader Egal, ich hab Tabletten Weichen mir erstmal Loll Ach, ich bin tot Hilf sie? Ja! Wie? Was? Nehmt's Branch Money, ne? Alter, wie die Schüsse da fliegen Ich sehe die ganz Willst du dich verarschen? Ich bin hier runter Ja, wir müssen jetzt hier runter Ja, da ist er jetzt gestorben Ich glaube no, Scheiße Ja, wir müssen hier runter Wir müssen hier runter Wuh, Bestzeichen Woh, Scheiße Wieso ist der hier gestorben? Loil, ich bin in der Seite Alter Marvin Scheiß mit weiter rennen, oder? Brauch scheiß mit weiter rennen. Oh. Äh, ja. Schlecht. Schlechte Sache. Ich glaube, das war's. Es war schlecht gespittet, um das mal so ehrlich zu sagen. Von wem auch immer. Geht. Weglos weg und ja. Auf geht's, Mark. Boomer. Ich komm da nicht hoch. Oh, jetzt geh ich ab. Jetzt geh ich ab. Überall können mich die Überlebenden sehen. Ich bin weit weg von denen. Kommt mir grade eher wie Sumpffieber als wie Dings vor. Aber okay, egal. Hier hoch, ne? Marvin? Nicht warten. Marve. Schwarz und nicht, gell? Ich kämpel. Achso, ja, das wär auch gut. Und die Schumpel und so. Und scheiße. Ja, ich hab auch nicht viele habt, hey. Aber es begrenzt, es geht in unserem Weg. Wie verpasst kein Ziel. Glocki, hinter mir. Hinter mir. Auf mir. Boomer. Mach was? Kannst du mir nicht helfen? Ich seh nix. Scheiße. Ich hab' mal. Egal, alter Mann. Ich hab' den Schotztraben schon gesehen. Ich bin vorhin gestorben. Dunkler Karneval. Achso, klar. Aber wir sind erst in 5 Minuten gelaufen. Ja, ich hab's aufgehalten. Okay, los. Charter. Was? Ich bin, ich hab' den voll getroffen. Alex. Wen hast du bitte getroffen? Ich hab' Marvin voll mitgenommen. Du schießt schon wieder auf mich. Alter, wer schießt auf mich? Willst du mich verarschen? Ah, jetzt hab' ich Marvin. Ah ja, jetzt hab' mich Toilbo innerhalb von 4 Millisekunden. Aufs... Unfallgekommen. Bam, bam. Alex hinten. Ich bin tot. Alex hinten. Ich bin tot. Alex hinten. Ja, hinten. Aber wir haben uns noch einen Splitter, ne? Jetzt. Wen? Roger. John wieder. Jockey. Ach, Coach, ey! Boomer. Warum können die nicht einfach so automatisch irgendwie mal gefreezt werden, ey? Dann können die gar nichts machen. Ist auch schön. Die kulinarische Peniskrönung. Die kulinarische Peniskrönung. Hast du grad Peniskrößen gesagt? Ja. Ja. Peniskrönung. Stimmt. Lade nach! Warte drauf! Schwert! Es gab wohl noch ne Motorräder, ne? Oh! 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 Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Wo waren die? Hier lag doch noch ein Robber irgendwo. Leute, ich hab'n Schocke! Vorsicht, schnell! Leute! Leute! Alter! Wir wollten schon verarschen, oder? Ey, die waren schon? Alter, wie lange die brauchen manchmal. Ja! Es liegt noch brandend, die mit uns! Laden auf! Laden! Habt ihr schon mitbekommen, dass ein Slenderman als Standalone rausk- Die hab ich nicht mitgekommen. Hahaha. Marreres Kingfarm von dir und mir angekommen. Ho? Wie ist? Ja Nick zieh mich nicht wieder hoch. Scheiß auf mich. Ja natürlich trifft er mich noch. Warum rennt der jetzt weg? Der ist wirklich berühmt. Erst und danach rennt der weg oder was? Boah ey ey. Guck jetzt kommt der erste mir wieder und belebt mich wieder. Damit der jetzt zu dir kommt. Danke. Zieh mich auf die Zunge. Hahaha. Komm mit. Komm mit durch. Mavic komm mit. Ich heil mich gerade. Oh jetzt haben sie es jetzt erst gemerkt. Nachdem ich sie 5 war gezogen hab. Vorsicht. Laufen Coach. Ja. Chacha ist ein charakter. Fällt das Ding? Ich weiß wenigstens. Bitte halt da. Vorsicht. Chacha ist ein charakter. Ich glaub das ist mein Spielcafter hingegen. immerhin einer ist voller kotze eine tschuldigung toll wo ist ja hier die Diva Alex Hilfe die Zeit verfolgen mich wer Tollwund Marvin glaube ich war uns jetzt war ich alleine alter wie wie Marvin auf dem Dach pass auf dafür kriegst du aufs Dach Alter die müssen sofort aufs Dach gucken das geht durch und durch ja genau wie dein Tampon ja in der ersten zwei Sekunden lauf weiter egal tja da ist auch raus ich glaube wir müssen Coach mal töten er hat es verdient Loh ist halt geflogen also so slow mo mäßig jetzt wird abgefällig ja gut ich hab die doch hingelegt ne Alex der war nix ja den Teufel der war nix ne Alex der war nix neaau guter Scheiß ich hasse Kinder vor allem ihre Spielplätze hehehe und vor allem wenn sie voller Zombies sind so geil das ist in der Tat ein bekanntes Problem Marvin spielt jetzt den ersten Left von L ne alle voll gespoomed außer da drauf wenn ihr motherfuckern wende scheiße lol what the fuck file transfer complete sagt der ne file transfert complete ja du hast äh back to screw glaub ich gemacht ja ich hab mich abgebrochen nach einer Minute oder so hol äh hol dir mal die Beine warum bist du immer noch äh Dingens äh 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 schade schade oh man war fast dran lol Alter Hunter auf ihr HW HW ich glaub das wars noch ja Ende Gelände Marvin du musst gegenlenken das weißt du nicht ich brauche ich stecke gegen am Arsch ja wer schießt Nick auf mich was geht mit Nick oh oh man da vorne war die Tür oder lol nicht da brauchen wir so ein Zeichen lol der ist bei 50% am Arsch Level war ungefähr fünfmal so lang wie das letzte ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe wer war der Jockey Mark ne nicht mag nicht ich auch nicht ich war der Hunter MPC hier sollen die Midnight Riders spielen nie gehört können die was oh yeah ich höre Clownies ja die Midnight Riders sind halt voll die große Nummer ne Zombie Clown hier ist ein Zombie Clown die beste Lichtshow in der Szene hab die 2007 gesehen da Zombie Clown tot ja Marvin Zombie Clown Zombie Clown das ist ein das ist ein Machen wir das mal ein guter Start. Machen wir das mal ein guter Start. Ein Medi-Pack-Pack und zwei Leute halber HP. Was? Ja klar. Auf jeden Fall. Trau ich dich noch zu. Alter was ein Loop-Hunter das war. Was macht der da schon wieder? Alter ich hasse Zombies. Ja? Warum? Die sind doch voll hilfreich.